Ich bin David Pätschi, ich bin zwölf, komme aus Sumiswald im M-Mittal und tue Beatboxen. Ähm, könnt ihr etwas fragen? Kann man das irgendwie abnehmen? Es ist nicht so gäbe, zum Beatboxen. Seit wann tust du Beatboxen? Seit vier Jahren. Seit vier Jahren? Wie kommt ein vierjähriger darauf Beatboxen? Mit den Autos, die auch immer Musik haben, habe ich immer Musik gemacht. Die Autos, die Tune auch immer Musik haben, ging so bumm bumm. Das finde ich voll fasziniert. V.a. der Bass. Hast du das schon? Du musst ja recht Stimme haben, also Stimme rufen. Ja, auch so. Ich habe heute meine Eltern, die Mama und Papa, die mich auch fest unterstützen. Wenn du gewinnst, hast du ja 100'000 Fr. Ja. Was würdest du damit machen? Ich würde ein Heilmittel kaufen für den Papa, um MS zu heilen. MS? Das finde ich aber gut, dass du es machst. Mein Vater hat MS und darum kann er auch nicht mehr so gut laufen. Und dieser Auftritt, mit Schweidertalente, bedeutet mir viel. Ich würde mit diesem Geld versuchen, etwas zu kaufen, für meinen Vater zu heilen. Ja.